Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Adventssonntag gehabt. Ja, wir machen jetzt heute mal direkt weiter hier mit dem MyFishingBox Adventskalender Türchen Nummer 9. Genau, wir haben ja angefangen ein bisschen Kleinkram zu sammeln, um ein Jebrushka, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, System zusammen zu friemeln. Ich habe auch mal was vorbereitet. Ich habe geguckt natürlich bei Instagram, der Onur von Fischer abhat, natürlich für MyFishingBox da auch mal erklärt, wie er sich das so gedacht hat oder wie es generell gedacht ist. Ich kann nur sagen, ich habe hier mal eins zusammengebaut. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so rum. Auch unter anderem standen ja auch ein paar Kommentare drunter, wie es eigentlich richtig sein soll. Sollte wahrscheinlich dann so aussehen in etwa. Hier mit dem baurigen Teil des Jebrushka Rigs nach unten. Ich hoffe, das ist wirklich jetzt richtig so. Ich kann aber auch sagen, das ist echt nichts für kalte Finger. Also wenn ihr da irgendwie am Wasser seid und das mal schnell zusammenfummeln wollt im Winter, also ich weiß nicht, das ist schon grenzwertig. Für jemanden wie mich, der irgendwie schon Probleme hat, bei den Temperaturen manchmal einen gescheiten Knoten hinzukriegen, der kann da echt dran verzweifeln. Ja, genau. Aber so in etwa soll es nachher aussehen. Und noch haariger wird es eigentlich nur noch, wenn wir versuchen, den Gummifisch daran zu kriegen. Genau. Und wie man einen Gummifisch, den man sonst mit einem Haken benutzt, mit einem einschenkligen Haken benutzt, mit einem zwei-schenkligen Haken verwendet, das hat er auch gezeigt in dem Video. Und ich hoffe mal, die haben hier einen 10er-Pack reingepackt in die nächste Packung, weil da werde ich wahrscheinlich verzweifeln. Also erwartet bitte nicht, dass ich das hier live vorführen kann, wie ich das zusammenbaue. Ja. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. Genau. So. Also das packe ich mal beiseite. Schwupps. Und dann geht es hier mal los. Äh, wo sind wir denn hier? Tag Nummer 9. Wo ist er denn? Da ist er. Tag Nummer 9. So. Morgen mache ich auch das richtige Thumbnairin. Hoffe ich jedenfalls. Und los. Ah, wir müssen noch drauf gucken. Teil 3. Ready for fish. Okay. Okay. Vielleicht sind da auch ein paar Finger mit drin, die das alles alleine zusammenbauen. Aber wahrscheinlich nicht. So. Da haben wir hier einen, äh, MFB-Zander-Aufkleber natürlich. Und die schon angedrohten Gummifische, die da hinauf passen. Äh, ja. Und wie die da rauf kommen, das, äh, würde ich sagen, versuchen wir jetzt hier nicht live. Ich probiere das wirklich in Ruhe und werde euch dann vielleicht morgen mal präsentieren, wie das auszusehen hat, wie es wirklich funktioniert. Äh, ja. Das mache ich lieber nicht vor laufender Kamera. Da würde ich wahrscheinlich zu viele Leute verschrecken. Genau. Und trotzdem wünsche ich euch, wie gesagt, einen tollen Start in die Woche. Schaltet doch morgen wieder ein. Und lasst euch nicht runterkriegen. Euer Lami.